Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Wir sind hier bei der Firma Steif, die Marke, die jeder kennt und jedem ein Begriff ist. Und neben mir steht der Herr Hotz, Urgestein der Marke Steif. Wie kommt das denn? Ja, nicht Urgestein, aber der Ururgroßneffe von der Margarete Steif und heutiger Geschäftsführer von der Steif-Beteiligung. Wenn Sie von Urgestein sprechen, dann kann ich vielleicht hier diesen Sotti erwähnen, den es seit den 50er Jahren gibt und den ich als Kind erhalten habe, nachdem ich gemodelt habe damals für die Firma. Und den haben wir jetzt wieder neu aufgelegt in einer limitierten Stückzahl von 969 Stück. Mal ab. Oh, auch ein gutes Gewicht. Ganz schön. Und diesen Peters Sotti gibt es mit diesem Rahmen zusammen, der eben mich damals zeigt als Model. Das wurde damals eben 1972 aufgenommen und da ist im Hintergrund auch der Sotti nochmal mit abgebildet. Und das bekommt der Sammler, weil es ein Sammlerbär ist, eben mit dazu. Und das erinnert an die Familie und in den nächsten Jahren wird diese Serie erweitert mit anderen Familienangehörigen. Super. Ein wirklich gutes Model, würde ich jetzt auch mal sagen. Damals. War ich etwas jünger. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Also ganz toll.